so und damit hallo und herzlich willkommen neue woche neues glück neues fallout mehr oder weniger wir waren ja hier gerade so auf der reise ich weiß es blass bloß gar nicht mehr wohin ist das mit dog dog meat ist auch gut doch doch stimmt jetzt weiß ich wo naja doch 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 ich erinnere mich so ich habe es gehört da vorne ist jemand oder ist das ach das eine dieser puppen als dem rohlsratte kein thema mollwurfsratten sind geschichte sind keine wirkliche bedrohung für uns aber hier liegt einer oder ja war schon skelettiert okay radioaktivität das gefällt mir nicht was wir hier schönes haben da war wohl eine mine oder sowas ich habe mich gerade schon geschrocken ich dachte schon oh mein gott das sind ja wie raider oder sowas und ich ohne power rüstung aber zum glück war es nur das radio ei karamala verdammt ja ich hätte vielleicht wegrennen sollen ich bin es gewohnt von der power rüstung her dass ich dann einfach stehen bleibe in irgendeiner ecke in der nähe wenn ich nicht gerade schnell wegkammer und dann einfach kurz warte und dann stimpaks nehmen aber naja gut ohne power rüstung ist natürlich eine mine dann doch echt verdammt kacke gefährlich so das heißt noch mal kurz die ganzen viecher platt machen leichtes auto eben habe ich den eindruck was schlimm ist jetzt sind das so nackt ratten ja früher war das nicht so das macht die noch hässlicher als es ohnehin schon waren so ok ich glaube das waren alle so versuchen wir es noch mal und speichern wir mal kurz nicht dass wir gleich noch mal so ein schreckliches erlebnis haben also ich kann jetzt hier nichts sehen so ok also da hat man gar keine chance so mal gucken line man kann sonst verdammt ich finde keine aber hier war doch eben eine oder spinnig ja mal speichern vorsichtshaber komisch oder oh du trägst so viel das ist ja uncool warte mal also da geht hier ist noch ein bisschen aufbereitet das wasser so was denn katze katze meckert schon wieder vorsichtig nicht dass hier noch mehr fallen sind guck mal schnell raus So. Was denn willst du raus? Okay, Katze meckert, klar, mit mal. Immer in den unpassendsten Situationen. Bis eben lag er nämlich noch hier, hat sich die ganze Zeit geputzt und geschlafen. Eben noch mit seiner Lieblingsdecke geschmust. Und jetzt auf einmal muss man dann unbedingt raus. Aber der ist sowieso in letzter Zeit sehr, sehr meckerig. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Das nervt ihn schon so ein bisschen. Oh, sehr schön. Ach, guckt er ihn sogar direkt an. Super. Okay. Mino oder so, hast du hier nicht versteckt, ne? Ne. Sieht nicht so aus. Ah. Zwei Kugeln, naja. Aber ich kann nicht rennen. Ach, verdammt. So. Ich könnte ein Buff Out nehmen. Hm. Verdammt. Eigentlich müsste ich schon viel. Genau. So. Jetzt müsste es gehen, oder? Ja, wunderbar. Trotzdem komisch, ne? Eben war da noch eine Mine. Jetzt ist da keine. Sehr, sehr eigentümlich. Was haben wir hier? Oh, Einsteiger. Hör ich mal. Übrigens. Habe ich mich so ein bisschen gewundert im Laufe des Spiels. Weil man kriegt dann eine Powerrüstung und alles. Und es gibt im... Cool. Oh, ja. Cool. Definitiv. Muss ich ja die Stimme noch gewinnen. Kreide. Haarklammern, Klebeband. Kann ich das hier... Aha, sehr schön. Also könnte ich jetzt hier, wenn man das so sieht, jetzt auch eine Siedlung bauen. Hm. Ich glaube, das wird auch noch von einem verlangt. Bin ich jetzt mal der Meinung. Sicher bin ich mir da nicht. Das geht nicht. Okay. Das geht auch nicht. Oh. Telefonzelle. Oh, das bringt vier. Uh, sehr schön. Die Sache ist, diese Ressourcen, die wir da jetzt hier praktisch durchbekommen, die haben wir nur hier. Das ist so ein bisschen, hm, naja, doof, aber man kann das Ganze ja verbinden. Ne, die ganzen... Ähm... Der geht leider nicht. Die ganzen Stützpunkte, oder zumindest einen Teil der Stützpunkte kann man miteinander verbinden. Und kann dadurch Ressourcen gewinnen. Also zumindest, ähm, für die anderen Standorte dann halt entsprechend. Na, der Puller geht auch nicht weg. Okay. Das heißt, die Sitzbank ist vielleicht nicht schlecht, aber die lassen. Ja, die ist kaputt, oder? Ach, die hat gar nicht irgendwas zum Hinsetzen, das so. Na, dann kann das weg. Macht das ja gar keinen Sinn. So. Hat er Stahl. Weil die Sache ist zum Beispiel, braucht man, je nachdem, was man macht, relativ viel Holz. Und wenn du dann, okay, ähm, wenn du dann so einen Standort wie hier hast, mit relativ wenig Holz, ist es, ähm, relativ schnell ziemlich kacke. Weil dann stellt sich fest, ups, ich kann ja gar nicht weiterbauen. Und dann an Holz zu kommen, ist gar nicht so einfach. So. Jetzt haben wir schon mal gut abgeerntet. Mhm, 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 mhm. Ich mache das erstmal nur so, wir werden hier, glaube ich, noch nichts bauen aktuell. Ich bin gerade nur abbauwütig. Ich finde das irgendwie lustig, ich weiß nicht, mir macht das Spaß. Manch einer beschwert sich, ja. Ähm. Nein, Doc Mechick, mein Name ist vorhin. Manch einer beschwert sich, ja, ne, so im Internet, wenn man das so liest. Also nicht alle sind damit glücklich, dass man jetzt Basen bauen kann. Aber, hey, man hat ja bei Betester extra gesagt, ihr müsst das nicht. Es ist keine Voraussetzung. Also, diese Quests hier sind optional, die man da hat. Das muss man nicht machen. Und selbst wenn man diese Quests macht, wird man nicht dazu aufgefordert, das später weiter zu betreiben. Also man, man ist da nicht gezwungen zu. Und das finde ich ganz gut. Und kann sich letztendlich auch niemand beschweren. So, ich gehe mal hier raus, weil ich will das hier mal erkunden. Das ist wahrscheinlich die riesige Leinung, weil es so ein Autokino hier ist. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, Benzin-Kernister. Ja, ich bin überladen. Das ist das Problem. Oder zu sehr beladen. Ha, warte mal mal gucken. Das ist weit weg. Ja, ich mache mal schnell Reise dahin. 25% nur Glücklichkeit. Das ist echt nicht so der Hammer, ne? Das ist echt nicht viel. Ja gut, das sind halt unglückliche Leute. Haben wir auch ziemlich viel Schlechtes erlebt. Da darf man dann auch mal so ein bisschen schlecht drauf sein. Aber jetzt sind sie ja bei uns und wir machen das alles besser. Schätze ich mal. So, mal gucken. Oh, hier müsste meine Powerrüstung noch stehen, oder? Wo habe ich denn meine Powerrüstung gelassen? Ach, da steht sie, eine Red Rocket. Ach ja, stimmt. Oh, hier in der Hand. Aber, das ist jetzt so wichtig. Wie ist denn? Vielen Dank.